Dieser Song heißt Faith The feeling that I don't want, no That makes me helpless Then a voice within me whispers Have faith in you and the things you do Have faith in you Have faith in you and the things you do Cause I do Staying there, have a mess of nothing in my head It's blocked, it's shocked, it's just a rest And who can free my brain, my mind And who can wake me up Then a voice within me whispers Have faith in you and the things you do Have faith in you Have faith in you and the things you do Cause I do Yeah Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Everything you, everything you, and the things you do, cause I, yes I do, oh, yes I do, oh, yes I do, oh, everything you. Dankeschön. Nicole Yuki. Dankeschön. Vielen Dank. Applaus Und bleiben wir gleich dabei an der Kamera war heute der Torsten Bürg. Die Fotos wurden gemacht von dem Andi. An der Technik war der Sven-Erik und der Konrad. Die Tür wurde gemacht von der Christine und von dem Niel und Engin. Die Bar wurde gemacht von Elisa, ganz genau. Und großartig Applaus für die Nummer aus meiner Assistentin Anna. Applaus Und natürlich für die 10 Musiker des heutigen Abends. Applaus Dankeschön, dass ihr da wart. Applaus Vielen herzlichen Dank. Applaus Ich wünsche euch Dankeschön nochmal an euch, dass ihr so lange ausgehalten habt. Wir haben wie immer überzogen. Die nächsten Sendungen fangen alle eine halbe Stunde später an. Aber ansonsten ist ja Internet. Das war's. Das war's. Wow. Ja. Vielen Dank.